Das ist eine Kunstausstellung von drei verschiedenen Künstlern, also eine Gruppenausstellung zum Thema Himmel. Ich denke, es ist sehr eine vielseitige Ausstellung in einem ganz kleinen, feinen Ausstellungsraum. Sicher so das luftige Leichte, das Flüchtige fasziniert mich. Das ist ein Aspekt, das heisst, die Urruhe probieren darzustellen. Von dem her ist ein Himmel mit Wolken auch viel spannender als ein strahlender blauer Himmel. Ich denke, es war schon immer eine grosse Inspirationsquelle für Künstler. Somit war der Himmel für mich ein grosses Reich, wo ich schon immer in Berührung war, wo jetzt in den Bildern zusammengefasst worden ist. Ich finde einfach die Bilder von Barbara Göldi, die feinen Bilder und die starken Bilder von Martin sehr eindrücklich und sehr schön. Ich finde die Ausstellung einmalig, weil es drei verschiedene Künstler abbilden, die ganz unterschiedliche Stilrichtungen dienen vertreten. Das tut einem, finde ich, sehr inspirierend und gibt auch viel Leichtigkeit. Mir gefallen die von Michael Bühler-Fahrer eigentlich am besten, weil es sind so Pulken, zum Beispiel das Grüne gefällt mir gut. Es ist irgendwie so explosiv. Das ist irgendwie so.